Das sind wir wieder. Rot, 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 rot. Malen wir die Rosen rot heute? Malen wir, wir malen die Rosen rot, wir malen die Rosen rot. Und dann gucken wir gleich nach dem Intro, was es für tolle Rubin-Karten gibt. Bis dann, in zwei, eins. Intro, Intro. Heute haben wir Rubin für euch. Wieder komplett. Also einmal alles, was wir in Rubin haben. Wieder ohne Enchanted. Legen wir los. Tevidi Mottenfotch. 2-2 Vanilla-Quest. Woher sind denn die eigentlich? Racket Ralf. Was ist der? Ah, Racket Ralf. Ja. Racket Ralf. Ralf reicht's. Die sind aus Sugar Rush. I don't know. Du musst den Film gucken, Daniel. Der Film ist super. 2-2-2-2. Das ist eine Aurora. Yes. Die setzt man für mich halt auch mehr Sinn als komische schlechte Abilities und zwei Kosten, zwei, zwei für einen Questen. Also so macht das für mich halt Sinn. Ist Sugar Rush oder Sugar Candy Rush? Sugar Rush? Sugar Rush. Das ist dann so Mario Kart. Das ist ein Racing Game, ja. Mario Kart. Richtig. In Disney. Mario Kart in Disney mit Trendfahrerinnen und King Candy. Wer ist King Candy? Bestimmt ein Dude. So wie King DDD. Das ist Kirby. Ich will nicht spoilern. Du musst den Film gucken, Daniel. Racket Ralf. Kostet 3, 1, 4. Questet für 1. When you ready this character, gain one law for each one damage on him. Den finde ich auch nicht schlecht. Oha. Den muss man halt ein bisschen aufpowern. Also der braucht ein bisschen Power, dass er was wegtraden kann und das vielleicht sogar überlebt. Und wenn er dann noch ready gemacht wird durch eventuell sogar eine Action oder ähnliches, dann kann der durchaus stark Questen gehen nochmal. Ne, du kriegst ja einfach nicht hinten. Der muss ja nicht questen. Ja, also, ja, er sammelt die. Ne, es ist ja besser als Questen in dem Fall, wenn er mit 3 gehen würde. Ähm, er möchte quasi challengen. Das ist so ein Effekt, den ich sehe. Ne, du möchtest challengen, möchtest eventuell sogar bereit gemacht werden dann wieder, um weiter zu challengen. Ist halt vorne ein bisschen schwach auf der Brust, aber es ist dem Effekt geschuldet. Sonst wäre er halt komplett nutzlos. Ne, weil vorne die Power geben, können viele hinten Power geben. Ist jetzt nicht so verbreitet. Gibt's nur in Bernstein aktuell. Mir den Maximus. Kostet 6, 3, 5 Questen für 2. Ähm, den Effekt muss ich euch übersetzen, aber er ist im Prinzip ein krasserer Flynn. Der sagt nämlich nicht, wenn du den stärksten Charakter hast, sondern wenn du einen Charakter hast, der 5 Power hat, sammelst du 2 Legenden. Wenn du einen Charakter hast, der 10 Stärke hat, sammelst du 5 Legenden. Wann? Ähm, am Ende, am Anfang vom Zug. Also der macht dasselbe wie der Flynn, nur mit gesetzter Power. Am Ende. A la fin de votre tour. Das ist nicht first, das ist first, das ist first, das ist an der Ende. Können auch gerne nochmal nachgucken. Ich glaube am Ende. Ich hätte jetzt gesagt am Ende. Ich hab den als, äh, wie Flynn im Kopf. Mein, mein, mein Französisch ist not so good, but ich würd jetzt sagen am, am Anfang, am Ende. Weil, wie willst du denn am Anfang deines Zuges einen mit 10 Power haben? Ja, neben dem du vorher gespielt hast. Wenn du wieder dran bist. Aber wie stark, also welcher Charakter hat denn 10 Power aktuell? Ähm, der rote Gaston. Gut, aber das ist ja sauteuer. Da ist er. Und es ist? I'd, the end of your turn. Weil das macht nämlich Sinn, weil viele Pump-Spells sagen ja, bis zum Ende des Zuges bleibt es. Ja, die Frage ist, ob das bleibt. Ob das gleichzeitig geht oder... Ich hätte schon gesagt, dass das dann triggert. Weil denk an die Mummen. Aber er kann gut sein. Also 5 ist ja jetzt nicht besonders. 5 ist ja ein Maui. Kriegst du zwei Legenden, wenn du ein Maui spielst, was wegtradest? Finde ich jetzt nicht schlecht. Turbo! Da wird ja schon gespoilert. Das ist King Candy. Da ist eigentlich Turbo. Oh, das ist ein alter Mann. Es geht ja um Arcade-Games bei Wreck-It-Ralph. Okay. Und Wreck-It-Ralph ist eigentlich ein Bösewicht. Der möchte aber kein Bösewicht mehr sein. Aber die Arcades sind über die Steckdosen mit so einem Hub verbunden und dann kannst du in andere Spiele reingehen. Okay. Und der Turbo ist aus einem Rennspiel, was aber vom Netz genommen worden ist. Aber er hat halt Sugar Rush infiltriert. Und hat seine Identität quasi geendet. Eigentlich ist er Turbo, aber er hat sich selber überschrieben mit King Candy als König von Sugar Rush. Okay. This character also counts as being named King Candy for Shift. Ja. Rush 2-3 kostet 2, ist nicht tintbar. Ja. Ne, ist das umgekehrtes Deadline, die wir kennen von so einem Charakter. Ist halt schlecht gegen Simba, ist aber gut gegen alles, was halt 2 hinten hat und nicht 3 austeilen kann. Also gegen die ganzen 2-2-Hertie für 2-Questen ist der super. Ich denke auch, dass der gespielt werden kann. Auch gerade gegen die ganzen Agro-Sachen könnte der Spiel sehen, tatsächlich. Haben wir hier den Donald Duck, the Pileslinger. Der ist gar nicht so schlecht. Ein guter Donald. Selten, selten, aber soll ihn geben. 5 kostet Tintbar, 3-6, questet für 1, Shift 4. When you play this character, if you use Shift to play him, each opponent loses to lore. Fände ich schon mal nicht schlecht. Weil den Donald für 4 shiften, also es ist nicht mehr der übliche Discount von 2, sondern es ist nur 1 discounted. Dafür hat er einen guten Effekt, wenn er geschifftet wird. Und wenn der Gegner 10 oder mehr Lore hat, kriegt er 6 Power dazu. Das heißt, der ist dann 9-6. Ja, für 5. Und da kommt wieder genau das Ding, warum ich sage, Maximus ist dann doch nicht so bad, weil wenn der 9-6 hat, brauchst du nur ein Lumiere, dann ist er 10. Genau, brauchst du nur noch ein Lumiere und legst ihn dazu. Am Ende deines Zuges, wenn alles liegt, kriegst du sofort 5 Legenden. Direkt. Wie krass ist denn das? Ich finde den Donald stark. Gibt es denn auch in Stahl ein Item, was quasi dauerhaft eine Stärke gibt? Wann ist ja die Handeln oder sowas? Nein, die Handeln haben irgendwas gemacht. Das war auch immer nur bis zum Ende des Zuges. Ist ja völlig egal. Rancis, Flugger Butter. 4-4 kostet 4 Tintbar für 1 Vanilla. Eine Fillerkarte, ne? Brauchen wir nicht groß drüber reden. Ska, 5 Kosten, 6-3. Wenn du diesen Charakter ausspielst, darfst du einen Mufasa-Charakter deiner Wahl verbanden. Quested für 2. Es gibt nur einen relevanten Mufasa und der will ja sterben. Es gibt 2 relevante Mufasas mittlerweile. Den einen, der macht ja immer was, wenn er verbannt wird. Das heißt, das ist nicht so gut. Man wird trotzdem mit dem Mufasa los und könnte mit was anderem challengen, weil das andere ja erschöpft kommt. Das Problem ist halt, wenn der Drache kommt und was wegbrennt, ist es immer schlecht. Würde ich nur als relevant bezeichnen, wenn der blaue Mufasa das Spiel sieht, weil der blaue Mufasa ist einfach absurd. Ah, der Neue. Der ist einfach absurd. Ist der nicht der Neue? Der ist jetzt auch, wenn wir Blau vorstellen, das wird die Chase-Karte als Enchanted sein, denke ich. 3 Kosten, nicht Tintbar, 2 für Rush, Quested für 1. Snowowner, Rainbow. 2 Vierer mit Rush für 3 ist jetzt nicht so interessant, denke ich. Hätte 4 2 haben müssen. Das ist wenigstens interessant gewesen. Ja, oder 3. 3, 4 und dann Reckless oder so. Vielleicht noch. Ja, also die 2 sind fast irrelevant. Auf dem 2er-Slot ist die 2 vollkommen fein. Auf dem 3er-Slot ist es schon wieder eher egal, weil die meisten Gegner halt 3 haben. ja, finde ich jetzt nicht so geil. Ist okay gegen, wäre okay gegen Diablo, aber die hat kein Evasive. Also auch wieder irrelevant. Der Peter, der so kommt, der hat 2, 3 Rush Evasive und macht alles Evasive Rush. der ist halt viel krasser. Haben wir hier eine Daisy. Evasive 2, 2 für 2. Finde ich jetzt, also die, die, die Laien nehme ich so. Ne, also die einen kosten mehr für Evasive, finde ich gut. Und wir haben eine Daisy zum Shiften. Ne, also, finde ich jetzt nicht schlecht. Mickey Mouse kostet 4, 2, 4 Quests für 2. While you have a character named Mini Mouse in play, this character gets plus 2 strength. also ist er ein 4, 4er, für 2 Quests kann, für 4, wenn wir eine Mini haben. Ist jetzt nicht unmöglich, finde ich jetzt aber auch nicht so gut. So relevant, oder? Ne, also, im schlimmsten Fall challengst du die Mini vorher raus. Ja, die Server Mini wäre hier interessant, ne, das wäre die interessante Kombination, aber für die 2 Power das mehr zu haben, da spiele ich halt lieber noch eine zweite Mini hinterher. Genau, das Ding ist halt immer wieder, was ich dazu gern sage, du verlierst durch solche Karten gegebenenfalls den Fokus des Spiels. Du musst ja Legenden sammeln und das macht er nicht. Ja, er kann für 2 Questen, ist aber auch, 4, 4, 4, I mean, ja, Rettigan, 1, 5, kostet 3 Tintbar, weil das Charakter ist damage, he gets 2 strength. Er ist 3, 4, für 3. Im besten Fall im schlimmsten Fall ist er 1, 5, im schlechtesten Fall ist er 1, 5. Im Mittelcase wird der 3 irgendwas sein, also er wird einem Charakter dann mehr Damage machen. Es ist umgekehrt das Problem mit Lawrence, solange der kein Damage hat, ist er quasi irrelevant, der Lawrence ist, sobald er Damage hat, irrelevant, dafür questet der auch noch schlecht. Der Lawrence questet ja besser. Wenigstens nimmt der Initial was mit, der hier muss den ersten Treffer erstmal überleben. Ja, keine Ahnung, dafür questet er einfach zu schlecht. Wow, maximal als Shift-Target. Ja, 1, 1, 2, questet für 1, wenn der Charakter ins Spiel kommt, und du hast eine Location, verliert dein Gegner eine Legende. Also kommt er nie für 1. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt suboptimale Curve, weil für 2 wird man so immer on Curve spielen können, eigentlich, wenn man eine One-Drop-Location hat. So muss man halt sie immer aufheben, bis man eine Location hat. Das funktioniert nur dann, wenn du second bist. Sehr suboptimal. Denahi. 5 Kosten, nicht tintbar. 7, 5 questet für 2 Vanilla. Da muss ich mich wiederholen mit dem, was ich mit dem Danny zusammen schon besprochen hatte. Ich finde es gut, dass die unhintbaren Sachen jetzt, also diese hohen Vanillas, jetzt niedrigere Kosten haben, dafür unhintbar sind. Dann kannst du sie wenigstens spielen. So ein 8-Trop Ingpah in Maui hast du halt immer gegend. Was machst du denn mit denen? Also den kannst du wenigstens im Limited spielen. 7, 5 questet für 2. Wenigstens im Limited, weil sonst zieht der eh niemals das Spiel. Das ist halt die Sache, die sie anscheinend ja gelernt haben gegenüber dem First Chapter mit dem 8 und 7 Koster, die du niemals hast spielen können. Ja, so ist er wenigstens spielbar, sagen wir es so. Ist halt doof, weil er nicht tintbar ist, aber das ist der Drawback, dass er überhaupt gespielt werden kann. Der Catacalo, ein guter Dampfschiff-Rivale. 6, 6, 7 Kosten, questet für 2. Wenn du einen anderen Catacalo besitzt oder im Spiel hast, darfst du einen Charakter deiner Wahl, einen gegnerischen Charakter deiner Wahl verbannen. Gibt es Catacalo, die günstiger sind als er? Der Sechser aus der Grüne. Es gibt Stahl-Catacalos, die sind ziemlich krass. Dann ist das gar nicht so bad. Vor allem in Stahl, Rubin. Ja, du hast zwar die Bedingung, dass ein Catacalo teilen muss, aber das ist, denke ich, machbar. Also ich kann ja jetzt schon mal von weg spoilern, den haben bestimmt eh schon viele gesehen. es gibt einen Stahl-Catacalo, der sagt, der Gegner kann rund lang keine Actions spielen. Dann ist es gut. Das macht den umso besser. Hier haben wir halt genau das Problem mit der anderen. Tefiti, Martin, Fudge. Shift 2 kostet eigentlich 4. Tintbar 3, 3. Once per turn, wenn das Charakter moves to Location, geht to Lore. Den One-Drop spiele ich jetzt vor der Location. Dann kann ich sie nicht shiften, weil sie auch eine Location braucht. Dann spiele ich alles drei Züge später, weil die ja auch noch dahin moven muss. Ich verstehe den Sinn einfach jetzt nicht so ganz krass. Vielleicht sehen wir das einmal immer so, dass es on curve gespielt werden soll. Vielleicht passiert das auch im Late-Game. Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich nur so eine Late-Game-Sache. Ja, aber dann musst du sie ja gar nicht shiften. Dann spielst du halt. Also, du sparst effektiv ja eine Tinte, wenn du sie shiftest im Verhältnis. Du verlierst aber zwei Karten, um dann zwei Legenden zu kriegen. Mit diesen gehen wir weiter. Ich verstehe das einfach nicht. Oha, noch ein Robin Hood. Ja, das ist jetzt eine von den Legenden, aber wenn dieses Charakter Quests look at the top 4 cards of your deck, you may reveal an Action Card with cost 6 or less and play it for free. Put the rest into your discard. Das Problem ist, dass man ja mit Rubin aktuell eher Sachen spielen wollen würde. Also, man spielt zum Beispiel Mufasa mit Rot zusammen oder man spielt Amethyst mit denen zusammen. Beide Decks wollen jetzt nicht sechs Koster-Actions umsonst spielen. Vor allem, der muss eine Runde liegen bleiben. Mit 1, 4. Oh, das macht er und Quest. Das passiert halt nicht. Das ist Quatsch. Stimmt. Also, es gibt in Rot eine Sisu, die den weg macht, die 1 weniger kostet. Ich finde es schön, dass er in seinem Text da unten in der Box die Pfeile drin hat. Lass uns doch den Gast auf. Warum ist der nicht tintbar? Der ist schon so schlecht. Warum ist er nicht wenigstens tintbar? Er sieht cool aus. Wenn es ein Deck irgendwann mal gibt, das benutzen kann, cool. Ich denke eher nicht, dass das gespielt wird. Vor allem das whifft halt auch ziemlich oft. Wir haben in Blau im letzten Set den Scuttle gehabt, den gefühlt niemand mehr spielt, weil in 20 Items, die das Deck spielt, mir trotzdem als mal 0 Items getroffen hat. Es ist halt, ja. Jetzt haben wir den Gaston. Das ist jetzt in Rot die Karte, die 9 kostet und weniger für each damage character you have in play. ist mit Rot einfacher machbar. Aber du brauchst mehrere Charaktere. Das heißt, ich würde ihn schlechter finden als den Robin. Also realistisch glaube ich, kannst du den für 5 ausspielen. 5, 10, 6, Rush. Du brauchst halt 4 gedamaged Charaktere. 2. Ah ja, der wird ja 2 weniger. Du brauchst 2 gedamaged Charaktere. Das ist realistisch, ja. Mehr nicht. Die Sache ist halt, dass man oft in Rubinen-Kombinationen dann mit Schaden die Bernstein-Variationen mitspielt. Das heißt, du heilst ihn auch gerne mal runter, den Schaden. Aber er ist trotzdem realistischer, weil du ja challengen kannst auch vorher. Genau, das ist halt das Ding. Ich denke, der wird einen Platz finden in Rot-Blau, weil er besser ist als der Herkules. Unter Umständen. Man spielt aktuell den 7-5er Herkules, um Locations wegzureißen. Wenn du gedamaged Charaktere hast, wäre das die Option, zu sagen, ich habe halt 10-6 Rush für eine Location kaputt zu reißen. Wenigstens hat es 1 oder 2 auf. Der Vorteil ist ja, man kann die ja einfach tinten mit Blau. Ja, gut. Also, ich denke schon, dass das den Herkules ersetzen könnte, weil es halt auch direkt alle Locations beantwortet. Da ist noch ein Piet. Ein Piet. Ein Pastry Chomper. 4-3 Vanilla. 3 Tintbar. Quasi 2-1. Reicht für den Effekt des vorhergehenden. Denke ich. Ja, reicht, dass es ein Piet ist. Oha. Ja, das ist ein guter Arthur. One Drop, nicht tintbar, 2-3 Reckless. Das ist wirklich. Hat leider keinen Rush, aber dafür ist er ein Overstatter, der One Drop. Finde ich jetzt echt schlecht. Der ist sogar besser als die Felicita. Wobei, die war eh tintbar, ne? Ne, die war, da doch, die war tintbar. Also, ich finde den nicht schlecht. Beantwortet die, viele, viele One Drops. Ja. Die können dann einfach nicht mehr Questen gehen und unbeantwortet. Und man würde ihn sogar behalten. Das heißt, er nimmt zum Beispiel zweimal Robins in Stahl mit oder sowas. Also, wir finden den Arthur nicht schlecht. Vor allem, weil es ja noch einen Stahl-Shift-Arthur gibt. Das ist es, Dade. Donald Duck, der wirft hier Ballons kaputt. Kostet 3, 2, 4, when this character challenges another character. Each opponent loses one law. ist halt durch die Stats besser als der Allardy. Aber ansonsten ist es halt aber auch. Aber er muss halt auch was challengen, um den Effekt zu haben. Ja. Ich finde halt den, als nächstes den Ratican finde ich auch komisch. Den finde ich aber besser. den finde ich tatsächlich gut sogar. 7 kost, nicht tintbar, 5, 5, Shift, 4, evasive. Your damage character gets plus 2 strength. Quested für 3. Den kann man halt potenziell auf den anderen Ratican draufshiften, weil vielleicht wolltest du den nicht angreifen, dass er stärker wird, weil du den nicht auf einmal weggekriegt hast. Shiftest den drauf. 5, 5, evasive, Quested für 3, ist schon mal eine Ansage. Den kriegst du nämlich auch nicht einfach mal weg. Und sobald was bei dir damage hat, was Rot ja eigentlich will, haben die nochmal zwei Power mehr. Dann hast du einen Maximus, der dann auch sagt, wenn der damage hat, ist der auch 7 groß. Ich glaube, das Ding ist halt, dass Maximus wahrscheinlich in den ganzen Decks dann so der Game Changer wird. Also ich glaube, dass Rot... Ich glaube, dass der Flynn auch der Game Changer bleibt in Rot. Dass der 2-Drop-Flynn... Shiftest den auf den anderen Ratican drauf, läufst in was rein, schafft 7, der Evasive. Ja, genau. Schreckt den erstmal weg. Der Gegner spielt in Maui. Der hat nur 6. Kann den nicht challengen. Sammelt der Flynn Legenden. Also ich denke schon, dass das ein Go sein wird. Also gerade auch mit dem Maximus macht auch der Fischhaken von Ding sogar wieder Sinn, dass du auf deine 10 kommst, um die 5 Legenden zu sammeln. Also ich glaube, wenn der Damage hat und einen Fischhaken auf den machst, hat er 10. Ich bin mir fast sicher, dass das irgendwie eine Deckkombination geben wird, die das da raus... Also ich denke halt auch, jetzt fallen die Locations raus. Jetzt sind Locations richtig bad. Wenn du ein Setup hast mit einem Ratican, den du halt rauskriegst noch, der macht ja jede Location kaputt. Jede relevante Location. Es gibt noch die neuen Drop Duckmaner, die wahrscheinlich dann gar kein Spiel mehr sehen wird. Weil sobald der Gegner halt nur einen zweiten Charakter hat, ist halt alles vorbei. Ich finde den gut. Also ich würde den... Wenn ich ein Rubin-Deck spielen wollen würde, würde ich wahrscheinlich aktuell Villains spielen. Oh, Rattenzahn. Vanillepoie von Schwitz. 4-Drop, 3-3, Rush. When you play this character, she gains Evasive until the start of your next turn. Hä? Quests für 2? Sie rennt in was rein, überlebt es dann, weil sie Evasive hat und dann kann sie weiterquesten gehen. Der Effekt ist übrigens so nur sinnvoll. Dieses Evasive in meinem Turn finde ich relativ schwachsinnig. Ja, ja, klar. Also sehr schlecht eigentlich. Beantwortet halt zwar Evasive-Charaktere, während man dran ist. Es gibt so ein paar kleine Tricks, die man damit noch machen kann, wenn man den Peter Pan's Schatten zum Beispiel spielt. Der sagt ja, Evasive hat Rush. Das heißt, wenn Sachen in deinem zu Evasive sind, haben sie auch Rush in dem Fall. Aber nur in der Kombination macht das für mich so ein bisschen mehr Sinn. Das hier schützt den Charakter wenigstens in Zuglang. Jetzt haben wir den Simba, der im Prinzip genau in diese Ich will auf 10 Stärke kommen, Maximus-Kombo geht. Für wenn nichts anderes ist er da, dann willst du nicht Turn 1 spielen, auf gar keinen Fall. Du willst dem am Schluss deinem Charakter die 2 Stärke geben, um diese 5 zu bekommen oder um einfach die 10 zu erreichen, um dann 5 zu eleganten zu bekommen. Und wir haben in Stahl endlich einen Shift-Simba, was den trotzdem noch nutzvoll machen könnte. So, dann haben wir eine Mini-Maus, die quasi im Prinzip das Pendant zu dem anderen Mickey-Maus vorher war. Der Mickey-Maus hat, glaube ich, Legenden. Hat er auch Legenden gesammelt? Oder hat er Legenden? Nee, der hat 2 Stärke gekriegt. Ah, genau. Wenn die da ist. Okay, und die macht quasi, wenn sie einen Charakter challenged, dann kriegt sie. Wenn sie oder der Mickey jemanden challenged. Das heißt, wenn sie da ist, ist der Mickey größer. Es ist aber auch genau falsch rum. Also es ist, sie kost 3, er kost 4. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, weil du willst den Mickey haben, um dann mit der Mini auf dem Feld zu challengen. Ja. Hä? Es ist halt wieder falsch rum. Man möchte ja nicht mit ihr angreifen, um dann den Effekt auf den Mickey zu verlieren. Man möchte ja mit dem Mickey jemanden angreifen, um dann zu sagen, ja, der Mickey ist immer noch größer, hat eine Legende gesammelt und nächste Runde sammle ich mit der Mini, wenn ich challenge auch eine Legende. Es ist wieder falsch rum. Break free. Wenn ich das lese, habe ich High School Musical im Kopf. Ja, stimmt. Also es ist, äh... Aber das macht Radigan gut. Die one damage chosen character of yours. They gain rush and plus one strength to send. Das heißt, der Radigan wäre für eins wäre acht. Ja. Also ich fände das... Nein, nein, nein. Der wäre nicht acht. Doch. Der wäre neun. Fünf plus zwei plus eins. Der macht doch... Ah so, stopp. Ah, stopp. Nein, ich habe eigentlich an den Radigan gedacht, der, wenn er Damage hat, drei stärker wird. Ach so, ja. Der drei Drop. Ja, aber der andere, der Shift Radigan ist ja auch mit besser. Ja, ja, klar. Ja, also oder alles andere auch, ne, weil alles andere wird dann drei größer mit dem Radigan auf dem Feld. Also ich finde die, die Break free, das finde ich gut, weil Rush geben ist eine super starke Ability. Wir brauchen das gegen Locations. Ähm, ist super gut. Äh, La Fin est broche. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, richtig. Ähm, Französisch. Ähm, macht ein Charakter ready. Wenn es ein Willen war, bekommen wir eine Legende dafür. Oh, das ist die. Ha. Das Ende ist nah. Steht doch da noch. Hab ich doch gesagt. Äh, auch eine sehr ikonische Szene, wo der Scar den Simba anspringt. Ähm, auch sehr passend. Macht einen Scar ready, der gerne Sachen angreifen will, würde. Ist ein Willen im Plan. Ähm, ja. Passt einfach. Warum ist das kein Sing together? Dann wärst du doch gut, oder? Tatsächlich sind Siebenkost-Songs gar nicht so bad. Ja, aber wenn es Sing together wäre, wäre es besser, weil im Prinzip alles, was du zum Singen genommen hast, kannst du wieder ready machen. Haha. Also hast du im Prinzip kannst du auch einfach weiter mit Singen, ne? Also ich singe das mit einem Charakter, mach den ready, die anderen können auch weiter singen oder challengen. Ähm, passt sehr gut in dieses Challenge-Thema rein. Ist wahrscheinlich ein bisschen teuer, ne? Siebenkost. Was ist, was kannst du, also sieben ist halt schon viel, ne? Wirklich viel. Seit bereit singst du eigentlich auch ne? Ne, das spielst du halt, weil dann eh alles weg ist, aber seit bereit singst, singst du mittlerweile eh nie eigentlich, weil du benutzt das nicht, wenn du Charakter auf dem Feld hast. Genau, meistens, wenn ein leeres Board ist, außer du spielst hast du sieben Drops, spielst du eh keine mehr. Du spielst keine Drachen mehr, du spielst nichts mehr so rohes. Ja. Ähm, würde nur Singen machen in einem Deck, also mit Bernstein zusammen würde das Sinn machen, wenn du so ein Sing-Deck machst, weil es da eine sieben Kost, eine sieben Singer-Ariel gibt, die kostet glaube ich nur vier. So irgendwas, ich glaube ja. Irgendwie so. Ähm, damit wäre das ganz cool, weil da singst du dann eh ganz viel mit Bernstein zusammen. Aber ja, ich denke, es kostet einfach zu viel. Ähm, Klimmer vs. Klimmer. Das ist übrigens ne Kale, wo ich gedacht hab, ah, cool. Und dann festgestellt hab, äh, eigentlich ist Quatsch. Ähm, banish chosen character of yours. To banish chosen character. Warum spielt man nicht für eins mehr ein Drachenfeuer? Wird so einfach. Das ist, um einen Mufasa wegzunehmen, der dann was anderes mitnimmt. Ja, Aber dann hast du wieder Spells drin, was heißt, du kannst quasi etwas treffen, was du in der Treffen willst. Du musst ja auch einen Charakter haben, sonst kannst du die Karte nie spielen. Und selbst wenn es ein One-Drop-Charakter ist, dann kannst du halt einfach basically ein Drachenfeuer spielen. Spiel einen One-Drop und spiel Glimmer vs. Glimmer. Warum hab ich kein Drachenfeuer im Deck? Das macht genau dasselbe. Super rare Action. Sieht man auch nicht so oft, ne? Ähm, Your characters get plus two strength this turn. Whenever one of your characters with reckless challenge another character this turn, gain two lore. Das ist übrigens, also, Also ich sag ja, Maximus Gaston und Rice. Das ist disgusting, ne? Also ich sag ja, weil Gaston der zwei Drop, der vier zwei stark ist, wird somit über fünf. Maximus macht das. Der hat sechs dann. Ja. Sechs, zwei. Sammelt eigentlich, ich glaube, besammelt Maximus eigentlich pro Charakter, der das erreicht oder wenn du einen hast davon? Wir sind auf der Suche. da ist Maximus. One of your characters, okay. Also er macht das einmal und auch nur, wenn, entweder oder. Na, es ist wenigstens das. Ja, okay. Aber, ziemlich krass. Aber, mit diesem Item, One Drop dieses Item, kostet eins, Banish, ähm, Charakter kriegt plus drei Stärke, wenn er ein Willen ist, kriegt er plus vier bis zum Ende vom Zug. Dann ist er zehn, der Gaston. Mit dem Gaston zusammen, mit dem Song, da ist es zehn. Was kostet, äh, sechs. Gut, Glück hat. Also, das ist schon mal wichtig, dass, ja, du hast im Prinzip einen Gaston, der zweimal gekostet, oder zwei gekostet hat, ist dann einfach zehn. Ups. Gut, du musst dann vier bezahlen. Also, du kannst nicht direkt in, aber du kriegst was ganz dickes weg, kostet zwar das Item und die Aktion, aber trotzdem. Und du kriegst zwei Lore, also die Aktion finde ich super, ne, es trifft ja auch den Maui, es trifft den, ähm, den Kleingastor, dass man den vielleicht spielt, wird er, je nachdem, was man halt noch zuspielt. Das heißt, die Felicita ist gut. Ähm, den, den One-Drop, äh, Artway jetzt zum Beispiel, und in Challenger-Decks ist das gar nicht schlecht. Das ist wieder so ein, eher so ein Multiplayer-Ding zwar, aber, es ist halt auch, es spielt halt diesen, ich möchte stärkere Charaktere als der Gegner haben, in die Karten, ne. Dazu passt hier auch dieses Ruby Chromicon, Choosen Charakter Gains plus Strangstestern. Das ist auch sehr gut. Das ist übrigens, äh, der Lumiere-Ersatz wahrscheinlich, weil, Items kriegen so viele gar nicht weg. Ja. Der Lumiere kriegt man ja noch weg. Das Item macht das halt zwar immer on tap, und zwar nicht auf alles, aber es reicht ja oft, dass es ein Charakter ist. Lumiere macht's aber halt dauerhaft und das nur in deinem Zug. Ja, aber, das macht's trotzdem. Also, das ist trotzdem ein Item, One-Drop-Item, das man in Blau-Rot wieder spielen kann. Gut, in Blau-Rot sowieso, ja. Ne, One-Drop-Items wertvoll. One-Drop-Items sind sehr wertvoll. Und die eine Strength geben zu können, auf einem Maui, der dann ein Schloss kaputt kriegt, ist sehr, sehr viel wert. Ne, also, das macht das Location-Match-Up wieder viel besser. Hm. Das ist ein One-Drop-Item, das du, wenn du es nicht brauchst, einfach wegmachen kannst, für zwei Traten zu ziehen. Also, ich finde die Karte gut. Ich finde das Ruby Chromicon viel besser als zum Beispiel das Sword Released. Ja, ist es. Locations. Sugar Rush Speedway kostet null zum Hinbewegen, One-Drop-Location. Ne, das ist so die Location, die man halt mit der, die Lore sammelt, wenn sie dahin bewegt wird. Once per turn, you may rest the chosen character here and deal them one damage to move them to another location for free. Das in Kombination könnte halt krass sein mit zum Beispiel der, ähm, du springst RLS Legacy. Weil, du nimmst zum Beispiel dann deinen Retican, movst den hier hin, ähm, restest den, machst dem ein Damage, movst den darüber, ist evasive, ist evasive, ist stärker, nächste Runde dann, drei, vier. Ne, so macht es vielleicht Sinn, den zu haben. dann macht der Große halt weniger Sinn und dann spielst du den Großen einfach so. Dann ist der andere noch größer, während er an der evasive Location quasi liegt. Ähm, oder dieses Location Moven, ne. Es gibt die Sugar Rush Dame, die, wenn sie bewegt, von der Location Lore sammelt. Es gibt den Peter in grün, der, wenn er bewegt wird, sammelt. Es gibt den Tuk Tuk, der Sachen zu Locations bewegen kann. Von hier aus kannst du dann auch umsonst wieder woanders hinbewegen. Location Moven. Ne, so umgehst du halt Kosten von hohen Bewegungskosten. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum die überhaupt Spiel sehen kann. Dass du sie hinlegst, dann deine Charaktere nimmst, einfach dorthin bewegst, dann tappst du, um dann an eine bessere Location für Umme hin zu bewegen. Ja, also es gibt zwei Benefits, die es haben kann. Du machst dem Charakter Damage, ne, das kann ein Benefit in Rubin sein. Und es kostet halt eins zum Bewegen im Prinzip und Erschöpfen statt zwei oder was auch immer. So macht er sogar Zahn oder Zaum. Ja, so ist es okay, ne, so sparst du eins. Kostet dich eine Karte und ein Damage auf dem Charakter, aber es muss ja kein Drawback sein in dem Sinne. Spielt natürlich dann wieder den grünen Karten in die Hände, die sagen, wenn du Sachen hast mit Damage drauf, kriege ich einen Benefit. Aber, das ist da die einzige Anwendungsmöglichkeit von der Karte. Rettigans Party, while you have a Damage character here, this location gets plus two, so. Ja. Na, also. Jetzt haben wir genau das Szenario, ne, spielst du irgendeinen Charakter. Das ist, das ist aber alles auch so, so viel wenn, ne, also der Rettigant und die Location zusammen sind schon cool. Ne, du hast den Evasive Rettigant, der Damage hat, der dann hier hin bewegt wird, dann sammelt das Ding Passivlegenden. Das ist okay. Ja, aber diese Kombination, du brauchst die Doppel-Location und bewegst dann Charaktere dahin. Ja gut, aber die selbst, selbst wenn du das für zwei hinlegst, ja, und dann einen Charakter, der sowieso schon Schaden hat, dahin bewegt. Ja, wie gesagt, die Standalone finde ich die halt wesentlich besser als die andere, ne, das andere ist so ein Kombinationsding, da muss alles passen, dass das eine gute Kombination ist. Die hier finde ich gut. Ne, also. Das ist ein Schloss mit denselben Werten, nur du musst einen Damage-Charakter haben und dann legst du da hin und bleibst last im Ding und machst nichts anderes damit. Und du hast halt sehr viele Evasive-Sachen, die Damage haben können. Ne, also es ist nicht schlecht. Es ist halt gegen Grün schlecht, aber muss man erst mal haben. Gegen Grün, ja gut, ein Damage-Charakter, gegen Grün. Stimmt. Das war Rubin. Oh, Rattensahn. Oh, Rattensahn. Glaubst du, dass es da auch bestimmt ganz viel Rattensahn wird jetzt halt super gut gegen Rubin? Ja, natürlich. Lifestyle-Getränke gibt in dieser Rattigans-Party. Das ist doch hier. Da läuft schon. Ich erinnere mich an den an die kräftigere Maus, die da unten drunter ist. Ich bezweifle, dass das Wasser ist. Wir schweifen ab. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt Blau, Saphir, und dann kommt Stahl zum Schluss. Und ja, schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat, ob ihr Maximos cool findet, so wie ich. Ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren. In diesem Sinne, adü, tüdelü. Fasselbeam. 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 Fasselbeam.